Soll ich mich jetzt umstylen? Wie sehe ich aus? Wunderschön morgens. Oder doch anders. Soll ich nicht stylen? Ja, ich habe noch ein bisschen Husten, Leute, und ihr wisst schon wahrscheinlich, wen ich meine. Gemeint ist Kelly, Mrs. Vlog. Ja, guten Morgen, Kelly. Ich bin noch sehr schön. Ich habe längst nicht so viele Falten wie du. Ich benutze immer Faltencreme. Deine Storys und deine Videos sind ja einmalig. Da bellt sogar der Hund. Ich muss wirklich sagen, also feudal. Also super. Ich würde heute loslegen mit einer Challenge über dich. Nicht über den Wendler, sondern über dich. Ich möchte aber vorher das Publikum gerne fragen, ob das nicht zu gruselig wird. Nein, Leute, wollt ihr, dass ich eine Kelly, Mrs. Vlog Challenge starte? Wie sehe ich aus? Schön. Oder lieber nicht? Bitte hier kommentieren, ganz schnell.